Im Basen-Tipp 125 möchte ich dir das Qi vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das kennst vielleicht. Das ist von einer Schweizer Firma und ist ein sehr, sehr leckeres Getränk und passt jetzt gerade im Anschluss auch daran. Es ist ein fermentiertes Getränk, wo die natürlichen Zuckerarten umgewandelt wurden durch die Fermentation. Es ist super für den Darm, ein ganz hervorragendes Getränk. Ja, dieses Getränk nehme ich mit, wenn ich weiß, ich gehe auf eine Feier und dort wird angestoßen. Dann stoße ich anstatt mit Alkohol mit diesem Qi an. Ja, das heißt, ich plane gut vor, in dem Moment, wo ich weiß, es wird eine Situation geben, in denen eine Gruppe, zu der ich gehöre, etwas konsumiert, dann sorge ich vorher vor. Wenn ich weiß, es wird Torte gegessen, dann nehme ich mir ein Stück Torte mit. Wenn ich weiß, es wird Alkohol getrunken, dann nehme ich mir dieses mit. Also, mein Tipp für dich, Qi von der Firma Sojana.